Wenn man eineinhalb Jahre daran gearbeitet hat und das Gerät am Schluss in der Hand hat, dann ist das einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Unsere Aufgabe ist es, zum Schluss einfach los zu sehen. Wir schaffen alle Details, überlegen uns, wie es funktionieren muss und wenn es für den Kunden am Schluss ganz einfach erscheint, dann haben wir unser Ziel erreicht. Ich denke, mit dem 1 Minute No 32 haben wir wirklich ein Holzberuch entwickelt. Es ist für den Kunden ein Genuss, um es zu nutzen. Es sieht schön aus, es funktioniert intuitiv und ist genau so, wie wir es vorgestellt haben. Der 1 Minute No 32 gibt es in vier Farben, zwei hellen und zwei dunklen. Was wir hier sehen, ist das Ahorn und zusätzlich gibt es noch das weisse. Die haben dann beide auch den weissen Akzent. Und dann gibt es die beiden dunklen, das wären Nussbaum und Schwarz. Und die haben dann die schwarze Farbe gezeigt. Der 1 Minute No 32 gibt es exklusiv über unseren Onlineshop 1 Minute.ch Und es würde mich freuen, wenn du schon bald einen bestellst.